jetzt müsste natürlich schießen ich war schon drauf und dran das ganze zu vergessen und ihr fangt an hier rum zu ballern wo ist das labor da da ist es doch kein problem wir sind problemlöser wir brauchen eine erhöhte position wir haben gesetzlose ey das war aber auch ein kopfschuss das war daneben so weg mit dem scharfschützen tja manche sachen erledigen sich halt einfach von selber aua nicht mein hintern da oben oder und Das ist ein Dieses Jetpack ne Das ist eine der Sachen, die ich richtig cool an dem Game finde Einfach mal Schwubliwubliwub Tun sie mir nichts Wer hat das gesagt? Ah Du Rebellenhelm Terminal Dosierung Arena Die Slums brauchen eine neue Lieferung und passen sie die Dosierung an Es sind wieder zwei gestorben, das ist schlecht fürs Geschäft Sie sollen süchtig werden, nicht sterben Kätis Kätis Die Laboraffen dürften bald eine neue Lieferung fertig haben Was die Dosierung angeht, könnte gefährlich sein, sie ohne Ryota anzupassen Mein Rat wäre, sie beizubehalten Arena Weil sie so viel medizinische Erfahrung haben Tun sie einfach, was ich sage Kätis So Bitte nicht schießen Ich bin unbewaffnet Ganz ruhig, ihnen geschieht nichts Ich bin nicht hier, um ihnen etwas zu tun Doktor Ferens Doktor Arena Ferens Ich will nur die Oblivion-Formel Dann sind sie mich auch schon wieder los Ryota schickt sie nicht, wa? Und er hat ihnen bestimmt diese herzergreifende Geschichte erzählt Sloan hätte seinen medizinischen Durchbruch missbraucht So in etwa Ja Oblivion war nicht seine Entdeckung, sondern unsere Vielleicht lügen sie ja Und woher weiß ich, dass sie die Wahrheit sagen? Weil ich mich nicht hinter einer Maske falscher Moral verstecke Oblivion sollte von Anfang an eine Droge werden, die zu extremer Abhängigkeit führt Ihr medizinischer Nutzen war lediglich eine Begleiterscheinung Ich glaube ihnen nicht Ich habe Doktor Nakamotos Klinik gesehen Er ist nicht der Typ, der etwas erschafft, das anderen schadet Diese Klinik ist nur Fassade Er hält vom Scharlatan anonyme Spenden Damit er die Schläger des Kollektivs zusammenpflegt, ohne Fragen zu stellen Wie oft haben sie sich mit ihm unterhalten? Einmal? Ich kenne Ryota seit Jahren Und alles, was ihn interessiert, sind Credits Aber sie sind anders Mir ist mein Leben wichtiger als Credits Wenn sie Ryota die Formel geben, bin ich so gut wie tot Dafür wird Sloan schon sorgen Wieso sollte Sloan sie töten? Ich habe in Sloans Organisation nicht sonderlich viele Ärzte gesehen Sie sind zu wertvoll, um sie zu töten Sie wird mein Verhalten als Kooperation mit dem Feind betrachten Und Loyalität ist Sloan wichtiger als Fachwissen Glauben oder nicht glauben, das ist hier die Frage Bevor das Ganze noch komplizierter wird Wie wäre es, wenn wir einfach so tun, als wäre ich nie hier gewesen? Ich werde Sloan erzählen Das Kollektiv hätte uns angegriffen Und danke Zu Dr. Nakamoto zurückkehren Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht Aber die schienen mir jetzt nicht böse zu sein Was habe ich da wieder angerichtet? Wenn überhaupt Aber die wollte das ja Soweit ich das in den Datenlogs gelesen habe War die ja eh nicht dafür, dass das so ausartet Was haben wir denn hier? Man muss ja sagen, es sieht schon schön aus Vor allen Dingen die Werte, die müssen ja jetzt wieder hochschießen Jetzt wo die Relikte aktiv sind Cheers Zack Und zack Ich hoffe, das war keine Fehlentscheidung Natürlich wird es diesem Ryota wahrscheinlich nicht gefallen, was ich getan habe Da würde ich doch drauf wetten Weil der jetzt die Formel nicht hat Irina war äußerst mitteilsam Ich habe ein interessantes Gespräch mit ihrer ehemaligen Kollegin Dr. Ferentz Irina ist keine Ärztin Sie gehört zu Sloanes Dealern Was für eine Geschichte hat sie Ihnen aufgetischt? Dass sie Oblivion gemeinsam entwickelt haben Und dass es von Anfang an als Droge gedacht war Und sie haben ihren Worten mehr Glauben geschenkt als mein Sie war äußerst überzeugend Mehr als ich, wie es scheint Inzwischen hat Irina die Formel längst an einen sicheren Ort gebracht Wir werden sie nie wiederfinden Es tut mir leid Es tut mir leid, dass ich an Ihnen gezweifelt habe, Dr. Nakamoto Das hilft uns jetzt auch nicht mehr Ich hätte Sie nie um Hilfe bitten sollen Gehen Sie einfach Ja gut Ich glaube, das habe ich Vielleicht hat Reyes eine weitere Aufgabe für Sie Pff Das habe ich ja richtig verhauen Aber das klang so Mh Wisst ihr, was ich meine? Es klang nicht unbedingt scheiße Was die von sich gegeben hat Außerdem war von den E-Mails War die eigentlich ganz nett Da habe ich wieder klassisch Richtig schön Daneben gegriffen Transitkonsole Ja Das ist nicht so geil Das ist nicht so geil Und schön Na ja Mal schauen So Zu den Dogs Win-win Ah ne Wir müssen die Führung der Verbanden jetzt fragen Ob wir hier siedeln dürfen Das kann ja jetzt was werden Einfach mal irgendwo reinhacken Oh oh Gehen Sie weiter Ich hätte da ein Angebot Falls Sie interessiert sind Hätten Sie kurz Zeit Pathfinder Ah Moment Sloan Kelly Welch freundliche Begrüßung Ich dachte wir gehen zivilisiert miteinander um Es ist schwer höflich zu sein Wenn man jede Menge Scheiß zu erledigen hat Schon okay Wir alle haben unsere Charakterfehler Sind Sie jetzt meine Therapeutin? Kommen Sie zur Sache Pathfinder Gründe Meuterei Überleben nach der Nexus Ist ja gut Chill mal Chill mal deine Base Hätten Sie kurz Zeit Pathfinder Sie hatten schon mit dem Cat zu tun Hm Es ist ziemlich schwierig Sich in Andromeda zu bewegen Ohne Ihnen früher oder später Über den Weg zu laufen Ja Und? Als Sloan die Macht übernahm Hat sie die Cat hier ausgerottet Es gab öffentliche Masseninrichtungen Um den Leuten zu zeigen Dass Cadera frei von Cat ist Jetzt gibt es allerdings Gerüchte Über einige Versprengte in den Badlands Wenn diese Geschichten wahr sind Müssen sie verschwinden Schicken sie ihre eigenen Leute Wenn es da draußen Cat gibt Können sie gerne ihre eigenen Leute losschicken Um sich um sie zu kümmern Hören Sie Die Sache sieht so aus Alle wissen, dass Sloan die Cat hier ausgelöscht hat Sollte das jetzt durch irgendetwas in Frage gestellt werden Wäre das ein Zeichen von Schwäche Sie allerdings Sind unabhängig Wohin sie gehen und was sie tun Hat nicht das geringste mit Sloan zu tun Ich überleg's mir Sehr schön Ich werde mich vielleicht mal in den Badlands umsehen Sehr schön Probleme Achso Er ist mein Kietes mit den Hinterfeindlichen Linien Ja gut Ach man ey Das ärgert mich jetzt Dass ich das mit den Drogen verkackt hab Dabei habe ich gedacht Ich hätte die richtige Entscheidung getroffen Und dann kommt sowas raus Aber ich meine das mit den Das sah doch gar nicht so schlecht aus Oder Bin ich da jetzt so verkehrt Von den E-Mails her gewesen Habe ich das so falsch interpretiert Fühle ich mich wieder so richtig mies Zu den Slums Ja ich behalte mal alles Passt so Haben wir hier Ne Max Schildleistung Warum sollte ich sowas anziehen Wenn ich sowas habe Jetzt mal ganz im Ernst Zurück Soll ich jetzt mal ein paar andere Teammitglieder nehmen Liam Ich möchte mal Cora wieder dabei haben Die hatte ich lange nicht dabei Und statt Drag Kommt dann Oh Pibi hatten wir glaube ich Noch überhaupt nicht mit Oder Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ob das so eine gute Entscheidung war Mal schauen Aber ich glaube mit den beiden Hatte ich wirklich noch nichts gemacht Also mit Cora schon Aber nicht mit Pibi So Warte mal Fähigkeiten Ich bin schon wieder Ich bin wieder level up Das finde ich ja gut Schaden und Stärke Haben wir noch drei Punkte Dann setzen wir Offensive Biotik Bomb Und Barriere Bahn brechender Sucher freigeschaltet Ah verdammt Ich wollte noch Cora Acht Punkte bei Cora Nova So Radius Stärke Cora hätten wir Pibi hatten wir doch mal mit Oh die hat Oh die hat sogar 50% Schadensradio Machen wir Schaden So Und ziehen Ah doch warte Wir hatten mal Pibi mit Auf dem Eisplaneten Da habe ich mich ja gänzlich vertan So Da unten Ist egal Wir kommen Wir kommen da ja leicht hin Wir haben ja schon Die Badlands So ein bisschen erkundet Wir haben schon das gröbste gemacht Cat Nomad Ich weiß es sehr zu schätzen Dass du Pathfinder In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extragieren Irgendwo hier sollen sie sein Ich rechne ständig damit Dass wir von Gesetzlosen überfallen werden Uah Cora du bist mir sehr misstrauisch Ich sehe was was du nicht siehst Und das beginnt mit einem B Berg Verdammt sind sie gut Nein Berg Gute Arbeit Uh Da hat jemand eine harte Landung hingelegt Das sieht übel aus Sie wurden angegriffen So Raumtransporter Ein angarisches Raumschiff Das schwere Schäden an der Hülle aufweist Wahrscheinlich durch mehrere Treffer von Cat-Waffen Ach der lebt ja sogar noch Was brummt hier so Wer Wer ist da? Herr Marsch Bist du das? Nicht sprechen Wir bringen sie in die Stadt zurück Nein Ich kann mich nicht bewegen Es Es ist zu spät Ich will mich einfach nur ausruhen Es sieht schlimm aus Ich bezweifle dass sie Medigale helfen wird Können sie mir erzählen was passiert ist? Ich bekomme es die Stadt Wenn sie in die Stadt wird sich in die Stadt 나오는 Vielen Dank.